Die Panasonic HC-X1E im Test und es geht los mit Unboxing. Die Panasonic HC-X1E im Test und es geht los mit Unboxing. Der Camcorder ist gut. Man kann direkt loslegen. Stereo-Mikrofon ist dabei, was allerdings von der Qualität ja so lala ist. Dafür gibt es dann noch zwei XLR-Eingänge. Die könnt ihr dann bestücken mit einer Funkstrecke und einem Richtmikrofon. Das Besondere an dieser Kamera ist das Leica Objektiv mit 24 mm Weitwinkel und dazu noch ein 20-fach Zoom. Cool bei dem Camcorder ist, man kann UHD aufnehmen in 50 Vollbildern. Das ist natürlich sehr geil. So hat man auch generell gleich Standbilder oder kann im Nachhinein noch bei Full HD dann in das Bild reinzoomen. Das ist sehr praktisch. Es gibt natürlich die üblichen Geschichten wie ND-Filter und zwei SD-Karten-Slots. Die Kamera ist sehr leicht mit zwei Kilogramm. Das ist ein Profi-Camcorder, der bei Amazon 2.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer kostet. Und hier nochmal die technischen Daten. Neckere. ! ! ! ! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.